Hallo zusammen, da sind wir wieder. Es ist Mäntagabend. Ich hoffe, ihr habt eine ganz gute Woche gehabt. Hoi Patrick, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund und wir können wieder miteinander Schweizerdeutsch machen. Ja, heute geht es um Personen, Personen beschreiben. Hallo Lovely, hi Patricia, schön sind ihr da. Es ist schön, dass ihr mitschreibt und ich möchte die anderen auch einladen, die da wenigstens zum Hallo sagen, dass ich sehe, wer da ist. Hallo Nancy. Also, heute ist das Thema Personen beschreiben und wir lernen ein bisschen mehr Adjektiv als in diesem Film am Anfang. Oh je, du hast eine schlechte Woche gehabt, die schlechteste Woche. Oh, Patricia, jetzt kann es nur noch besser werden. Ja, hoffentlich. Okay, heute machen wir ein Quiz. Mit jedem Wort erfahren ihr ein bisschen mehr, sehen ihr ein bisschen mehr von diesem Bild, von dieser Person. Wer ist das? Er ist sportlich, wie die Patricia. Schlechteste, die schlechteste Woche. Er ist sportlich. Also, wir kennen ihn vom Sport. Es ist sehr berühmte Person und ich hoffe, ihr könnt herausfinden, wer das ist. Also, er ist sportlich. Sind ihr auch sportlich? Oder würdet ihr sagen, ihr seid eher so ein bisschen bequem, weniger sportlich? Das ist Patricia. Oh, auf dem Bild nicht, nein. Es ist eine Person, die alle kennen. Hoffentlich, hoffentlich kennt ihr sie alle. Er ist groß, es ist ein Mann, es ist ein Mann. Er ist groß und stark, hat viel Kraft. Natürlich, er ist sportlich. Sind ihr eher groß oder sind ihr klein? Ja, sind ihr groß? Ich muss sagen, was denkt ihr, wie gross bin ich? Eine Tänzerin. Nein, Patrick, das ist nicht eine Tänzerin. Wenn schon ein Tänzer, weil ich habe schon gesagt, das ist ein Mann. Lovely, du glaubst, das ist der Roger Federer. Du weisst nur, er ist sportlich und er ist gross. Und du weisst schon, das ist der Roger Federer. Also, lassen wir es mal schauen lassen. Schauen wir mal, ob du recht hast. Er ist gross. Er hat dunkle, kurze Haare. Stimmt das für den Roger Federer? Lovely, du bist klein. Wow, Patricia, du bist grösser als ich. Du bist 1,88 Meter. Gratulieren. Nancy, du bist eher klein. Deine Kinder sind grösser als du. Ich muss sagen, mein zweiter Sohn ist auch grösser als ich. Und der erste Sohn ist fast gleich gross, aber noch nicht grösser. Ja, ich, was denkt ihr, wie gross bin ich? Ihr seht mich immer im Sitzen. Ich bin gleich gross wie mein Mann. Gleich gross wie mein Mann. Also, ich sage es euch am Schluss, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen raten, wie gross das ich bin. Er hat dunkle, kurze Haare. Passt das zum Roger Federer? Das passt zu vielen Männern. Dunkle, kurze Haare. Er ist sympathisch. 1,70 Meter. 1,70 Meter. Nein, ich bin ja auch grösser. Grösser als 1,70 Meter. Sympathisch. Er ist gesellig. Er ist gesellig. Ich denke, wisst ihr, was das ist? Er hat gerne Gesellschaft. Er ist gerne mit anderen Leuten zusammen. Er hat viele Freunde. Er macht Sachen mit seinen Freunden. Er ist gesellig. Hey, Lovely, du bist ganz nahe. Ganz nahe schon. 1,79 Meter, Patrick. Noch eins mehr. Patricia, du bist einverstanden. Das ist der Roger Federer. Also, wir haben schon zwei Stimmen für den Roger Federer. Gesellig ist ein gutes Wort. Genau. Ich bin gesellig. Oder gesellig. Ich treffe gerne andere Leute. Er ist humorvoll. Er ist humorvoll. Man könnte noch 1,80 Meter. Genau. Lovely. Auf jeden Fall war ich einmal 1,80 Meter gross. Patrick, du bist nicht so gesellig. Du bist eher so ein bisschen verschlossen und weniger leutselig. Oh, man kann auch sagen, das ist ein schönes Wort. Leutselig. Ja. Er ist humorvoll. Ja. Und da kennt ihr schon langsam Bestätigung. Nancy. Ich bin gesellig. Ja. Nancy, du würdest gerne mehr mit uns reden. Und auf Englisch. Das ist einfacher. Patrizia. Genau. Er hat vier Kinder. Er hat vier Kinder. Ich denke, er ist perfektionistisch. In seinem Beruf ist er sehr perfektionistisch. Und er ist fleissig. Genau. Da sieht man ihn. Der Kopf ist gerade ein bisschen verdeckt. Aber ich glaube, wir kennen ihn gut. Ihr habt recht gehabt. Das ist der Roger Federer. Ja. Patrick, du sagst, du hast gerne deinen Raum. Du brauchst Raum. Genau. Du hast nicht gerne, wenn immer viele Leute um dich kommen sind. Genau. Der Roger Federer hat auch zwei Kinder. Zwei Mädchen, die Zwillinge sind. Und zwei Jungen, die auch Zwillinge sind. Genau. Also, das war der Roger Federer. Dann gibt es eine andere Person. Er ist, wir machen, nein, wir wiederholen, nein, sportlich. Patrick, du bist fleissig, aber nicht gesellig. Ruhm, genau, Ruhm, aber man schreibt es mit U und nicht mit O. Patrick. Er ist sehr perfektionistisch. Genau. Er muss zum Besten sein, muss er sehr perfektionistisch sein. Er sagt, er ist gross. Er sagt, mach das, was du gerne machst, aber mach es richtig, mach es perfekt. Ja, das ist so sein Motto. Darum ist er so gut geworden im Tennis. Er hat nur das gemacht, was er gerne macht, aber richtig. Ich brauche meinen Raum. Genau, Patrick, kannst du sagen. Er hat dunkle, kurze Haare. Das ist ausgesehen. Er ist sympathisch. Mir ist er sehr sympathisch, der Roger Federer. Er ist auch bescheiden. Er ist nicht so stolz und sagt, ich bin der Best. Ja. Sondern er ist so bescheiden. Er ist normal geblieben. Normal, nicht der Star. Ja. Er ist gesellig. Er hat gerne andere Leute. Humorphel. Und perfektionistisch. Und fleissig. Fleissig. Also Patrick hat geschrieben, er ist fleissig. Ich glaube, Patricia ist auch fleissig. Die muss viel arbeiten. Die anderen sind ihr fleissig. Meine Kinder sind nicht immer fleissig. Generell sind sie schon fleissig. Aber manchmal sind sie auch faul und dann schlafen sie den ganzen Morgen. Am Wochenende. Am Wochenende sind sie faul und schlafen viel. Also faul. Lovely, du meinst auch, er ist, der Roger ist cool und ruhig. Genau. Also, die nächste Person, Achtung, das ist eine Frau. Eine Frau. Sie ist weder dick, noch sehr schlank. Also sie ist so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht kräftig baut oder so. Ja, sie ist weder dick, noch sehr schlank. Also vielleicht, ich glaube, ein bisschen runder als ich generell. Sie hat kurze, blondlich tönte Haare. Also blondtönte Haare. Es ist nicht ihre Haarfarbe. Sie hat die Haare getönt. Ja, aber man sieht noch nicht viel von ihr. Es kommt langsam. Das ist eine Frau. Genau, das ist eine Frau. Da siehst du, sie trägt irgendetwas Gelbes. Sie ist mittelgross. Nicht unbedingt sehr gross und nicht sehr klein. Also ein bisschen mittelmass. Sie ist vielleicht mittelalt. Ich denke, mittelgross. Sie ist freundlich. Sehr korrekt, freundlich. Was denkt ihr, was ist das für eine Frau? Sie ist besonnen. Sie überlegt sich gut, was sie sagt. Sie handelt nicht immer Affekt. Sie handelt nicht immer Affekt. Sie handelt nicht in den Emotionen. Sie ist nicht sehr emotionell. Sondern sie ist sehr besonnen. Ja. Wie sind ihr? Sind ihr sehr spontan, emotionell oder sind ihr auch so besonnen? Und denkt alles zuerst durch, bevor ihr etwas macht. Scarlett Johansson. Kennt ihr nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist sie nicht. Nein, da müsst ihr noch weiter raten. Ja. Sie ist beherrscht. Simonetta Somaruga. Das würde vielleicht passen. Aber Simonetta Somaruga ist eher schlank. Sie ist nicht so... Ja, ich empfinde sie eher als schlank. Das wäre auch eine gute Frage gewesen, die wir hätten können. Eine Schweizerin. Mhm. Sie ist so ein bisschen distanziert. Ja. Sie weiss, mit wem sie Networking machen muss. Und wer nicht wichtig ist. Wer ist wichtig und wer ist nicht wichtig. Und sie ist so ein bisschen distanziert. Sagt mir. Ja. Wer ist das? Jetzt sieht man schon fast ein Auge. Da hat sie schöne gelbe Jacke an oder so. Sie ist sehr sachlich. Sehr fokussiert. Patricia. Hast du sie gekannt? Angela Merkel. Lovely. Du bist einverstanden. Ja. Ihr seid gut. Mhm. Also. Sie ist sachlich und zielstärkig. Sie weiss, was sie will. Und sie hat ein Ziel. Und sie will das erreichen. Genau. Also. Wie findet ihr Angela Merkel? Sie ist. Aha. Da müssen wir anfangen. Weder dick, noch sehr schlank. Oder? Oder würdet ihr dem? Nein. Ich glaube, ich würde dem nicht sagen, sie ist dick. Schweizer sind sehr sachlich. Ja, Patrick. Das kann sein. Sie hat kurze, blandlich tönte Haare. Oder blande Haare. Sie ist mittelgross. Nicht sehr gross und nicht sehr klein. Sie ist freundlich. Besonnen. Du kannst sie nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Robust. Ah, robust ist ein gutes Wort. Genau. Sie ist beherrscht. Sie hat ihre Emotionen unter Kontrolle. Sie ist ein bisschen distanziert. Sie weiss auch, mit wem es wichtig ist, Kontakt zu haben. Und welche Personen weniger wichtig sind. Sie ist sachlich, fokussiert und zielstrebig. 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 Ja? Okay. Die nächste Person, sind wir bereit? Ah, ihr könnt noch schreiben, was für Adjektive, was passt für euch zu Angela Merkel? Oder welche von diesen Adjektiven, habt ihr das Gefühl, vielleicht passen nicht zu ihr? Vielleicht ist sie auch emotional. Genau. Okay. Nächste Person, die nächste Person, Achtung. Das ist ein Mann. Ein Mann, er hat dunkle Haut. Nicht ganz so richtig schwarz-schwarz, aber dunkle Haut. Sie ist süss, Patrick. Du findest Angela Merkel. Sie ist so eine Mutter vom Staat. Zielorientiert. Genau. Stark. Sie ist eine starke Frau mit Charakter. Zielorientiert. Mhm. Genau. Die nächste Person hat, ist eben nicht ganz schwarz, aber sie hat dunkle Haut. Oder er, das ist ein Mann. Er ist schlank und gross. Er ist schlank und gross. Will Smith. Ah. Will Smith, das würde passen. Er ist schlank und gross. Ein schöner Mann. Dunkle Haut. Schwarzer Mann. Genau. Ruhig. Das wäre noch ein gutes Adjektiv, um Angela Merkel zu beschreiben. Er ist sehr ruhig und überlegt und intelligent. Mhm. Sehr intelligent. Morgan Freeman. Nein. Nein. Das wäre auch etwas. Er hat graue, nicht mehr schwarze Haare. Er hat graue, kurze und gekruselte Haare. So ein bisschen. Lockle. Kruseli. Er hat graue, kurze, gekruselte Haare. Ja. Was habt ihr für Haare? Habt ihr gerade Haare? Ganz gerade? Oder habt ihr viel Kruseli? Oder habt ihr so ein bisschen Locken? Locken sind so ein bisschen grössere Kruseli. Gewäuerte Haare. Also. Ähm. Nancy. Du denkst, das ist der Barack Obama. Er ist ausserordentlich intelligent. Das würde auch passen. Für Barack Obama. Sehr intelligent. Patrizia, du hast Locken. Schön. Äh. Ich habe auch so ein bisschen gelockete Haare. Da seht ihr so. Ah nein. Auf der Seite. So ein Lockli. Ähm. Er ist ausserordentlich intelligent. Er ist begeisternd. Er kann andere Leute begeistern. Begeistern. Da sieht man schon das Ohr und seine Haare. Er ist ein eleganter Mann. Ein eleganter Mann. Äh. Er kann Massen mobilisieren. Genau. Was sagen die anderen? Nancy. Du meinst schon Barack Obama. Ja, ihr seid gut. Und er ist engagiert. Ich glaube, er setzt sich sehr ein für andere. Er war auch Anwalt, bevor er Präsident wurde. Und hat sich für Leute eingesetzt, dass sie Recht haben. Ich glaube, auch für ärmere Leute. Ja. Ja. Wie würdet ihr Barack Obama noch beschreiben? Oder was passt besonders zu ihm? Welche Wörter passen besonders zu ihm? Oder was passt nicht so zu ihm, was ich da geschrieben habe? Ähm. Also dunkle Haut. Eben nicht ganz schwarz, sondern so ein Mischlinge. Dunkle. Schlank und gross. Er ist der beste. Nancy. Er ist der beste, können wir auch sagen. Es klingt fast gleich, wie auf Englisch. Er hat graue, kurze, gekruselte Haare. Er ist ausserordentlich intelligent. Ja. Er ist begeisternd. Er kann Masse mobilisieren. Becoming. Ah, Patrick, hast du das Buch von ihm gelesen? Begeisternd. Engagiert. Er engagiert sich für Arme. Er engagiert sich für ähm, Leute, die keine Rechte haben, vielleicht. Ja. Er engagiert sich sozial. Ja. Seine Frau Michelle Obama, sie hat sich auch engagiert, mit Kindern, in der Schule und so. Also, dritte Person. Es ist nicht unbedingt eine Person. Dritte Persönlichkeit. Also, er ist dick. Er ist dick. Oh, Patricia, du hast ja auch das Buch gelesen. Wer ist das? Er ist dick. Er hat ein gelbes Fell. Da seht ihr das. Gelbe Fell kommt langsam füllen. Also, es ist nicht ein Mensch, sondern er hat ein Fell. so, die Haare, die Tiere haben, überall am Körper, das ist ein Fell. Ja. Da, lovely, genau. Er ist gut, er ist diplomatisch und er ist auch freundlich. Das ist, das passt gut zu ihm. Diplomatisch. Der Garfield. Das wäre auch möglich. Garfield, ja. Er hat ein gelbes Fell. Er ist ein bisschen tolpatschig. Ein bisschen tolpatschig. Tolpatschig. Das heisst, er fallen an den Boden oder gehen ihm kaputt oder so. Er tut manchmal ins Fettnäpfchen stehen. Wenn jemand etwas Falsches macht und es peinlich ist, dann ist das ins Fettnäpfchen stehen. Garfield ist auch lustig. Genau, Nancy. Du siehst schon den rote Pulli und das gelbe Fell und du bist gut. Das ist Winnie the Pooh. Er ist ein bisschen kindlich. Ein bisschen kindlich, naiv ein bisschen. Ja. Er ist humorvoll und immer gut aufgelegt, immer fröhlich. Er ist immer fröhlich und humorvoll und liebevoll. Ja. Er ist ein treuer Freund. Ein treuer Freund. Er hat seine Freunde und er helft ihnen. helfen. Ja. Und so. Vielleicht wisst ihr noch ein anderes Adjektiv, den wir könnten, Winnie the Pooh oder den Pooh Bear beschreiben. vielleicht mit dem Adjektiv. Dann könnt ihr mir gerne schreiben. Wir wiederholen noch einiges. Er ist dick. Ja. Er hat ein gelbes V. Er ist ein bisschen tollpatschig und kindlich. Naiv vielleicht könnte man sagen. Kind. Aha, okay, ich habe mir gedacht, was du hast geschrieben. Er ist lieb. Er ist sehr lieb. liebenswürdig oder liebevoll. Er ist humorvoll. Läschlich. Patricia, was meinst du läschlich? Er ist humorvoll. Lächerlich, das wäre negativ. Wenn du würdest, nein, läschlich kind ist lieb, nicht lieb. Liebevoll. Genau. Humorvoll, das ist, wenn er viele Witze macht, wenn er lustig ist. Und wenn du dich über jemanden lustig machst, dann ist läschlich. Was könnte das heissen? Läscherlich. Irgendjemand ist lächerlich. Das ist, wenn jemand sich so komisch anzieht. oder so, dann sagst du, das ist ja lächerlich. Lieb. Genau. Aber das würde da nicht so passen, glaube ich. Und er ist ein treuer Freund. Er ist treu, das ist auch wichtig. Das tun wir uns immer ehelüten. Wenn du heiratest, dann du dir treu schwören am anderen, deinem Partner. Du tust ihm Liebe und treu schwören bis ans Ende des Lebens. Er ist ein treuer Freund. Er hat keine Frau, aber er ist ein treuer Freund. Genau. Habt ihr sonst noch eine Beschreibung für Winnie the Pooh? Habt ihr früher seine Geschichten gelesen und geschaut oder einem Kind vorgelesen? Ja. Ich habe in meiner Kindheit noch nicht so, aber als meine Kinder klein waren, haben sie ab und zu Winnie the Pooh geschaut im Fernsehen und sie hat ihn gerne gehabt. Ja. Und jetzt noch eine Frage. Was ist das Gegenteil von Böse? Was ist das Gegenteil von Böse? Wer weiss das? Also Böse ist jemand, der böse Sachen macht. Ich denke, Hitler wäre ein Böse Mensch gewesen. Aber den Kind sagen wir auch, du musst nicht böse sein oder bist nicht böse. Oder manchmal sagt man, wenn man etwas kaputt macht, dann kann man der anderen Person sagen, bist bitte nicht böse, ich kaufe dir ein neues Tasschen oder so. Lieb, genau. Patrick, du hast den Film geschaut von Winnie de Pooh und Nancy, weiss ich nicht genau, was du meinst, und das Gegenteil von Böse ist Lieb, genau. Und da habe ich das Bild nicht gewechselt, es ist immer noch das gleiche Bild, aber es ist ein anderer Text, oder? Was ist das Gegenteil von schwarzen, gekruselten Haaren? Was ist das Gegenteil von schwarzen, gekruselten Haaren? Ah, und da habe ich die Antwort gar nicht mehr. Das habe ich noch so kurz gemacht, bevor wir die Sendung angefangen haben, die Übertragung, da bin ich nicht mehr dazukommen. Schwarze, gekruselte Haare? Ich habe eigentlich so dunkelblonde Haare. Wenn die Sonne scheint, dann werden sie blond, und im Winter sind sie nicht so blond. Und ich habe viel gekruselte oder Locken. Ja, aber das sind schwarze, gekruselte Haare. Das Gegenteil von dem wäre ein Glatzen. Wenn man keine Haare hat, oder da oben keine Haare hat, dann sagt man, die Person hat eine Glatze. Zum Beispiel mein Vater hat eine grosse Glatze. Ich hoffe, bei mir geht es nicht noch weit hinter. Glatze. Gerade Haare, genau, das kann sein. Das Gegenteil von gekruselten Haaren sind gerade Haare. Blonde, lange, gerade Haare. Genau. Und was ist das Gegenteil von einer schwachen Frau? Frau? Eine schwache, alte Frau. Was ist das Gegenteil von einer schwachen, alten Frau? Genau, blonde, gerade Haare nennt sie. Blonde, gerade Haare. Und wenn wir eine schwache, alte Frau haben, lang ist long. Also ich habe lange Haare bis da und mein Mann hat kurze Haare. Ja, sie sind ganz kurz geschnitten und ich möchte auch zum Coiffeur meine Haare schneiden. Also ich muss schauen, ob ich mich nach anmelden vor Weihnachten. eine starke, junge Frau, eine schwache, alte Frau, eine starke, junge Frau oder ein starker, junger Mann. Eventuell, genau. Also, ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Wörter können lernen und ihr habt gemerkt, das ist ein freundlicher Mann, das ist Angela Merkel, eine freundliche Frau, ja, aber ein intelligenter Mann, ja, oder ein sympathischer Mann und wenn das wäre ein Kind, dann wäre es ein kindliches Kind oder ein humorvolles Kind, ja, also Angela Merkel ist eine distanzierte Frau und Barack Obama ist ein engagierter Mann und der Winnie the Pooh das ist ein taupatschiges Bärli, Bärli. Gesellig ist dein Lieblingswort, Patrick. Okay, merci vielmals fürs Zuhören und Zuhören und Mitschreiben. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und eine gute Woche noch, es geht noch Woche und dann haben wir unsere letzte Lektion vor Weihnachten, also man hat noch Zeit uns vorzubereiten auf Weihnachten und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, eine ruhige Zeit, besinnliche Zeit und wir treffen uns wieder in einer Woche. Macht's gut, Tschüss zusammen. Tschüss Turner chalk Ich 부�ién Cube poem Die Hölle Dude City virtually 武钟 ße Sche Ende Sie aud сх De 壬 Mis